Wir sind jetzt in der Kölner Stadthalle in Mühlheim und wir gehen zur Filmbörse. Julian ist glaube ich schon da, er hat gesagt, er wollte vor 10 Uhr an starten und die Filme durchwühlen. Das machen wir jetzt auch gleich und treffen unseren Bandkollegen. Wir freuen uns schon. Wir haben Julian gefunden, er winkte, er kommt. Hi. Hi. Martin. Ich glaube, im Rucksack ist sogar noch mehr. Das ist halt immer so ein so ein Event. Was haben wir denn hier? Lexi, Dreamer, Paddington. Das war ein guter Horrorfilm. Ja genau. Man braucht auch mal was für entspannte Sonntage. Der Gronenberg-Klassiker. Lots of Salem. Wir haben ja noch nicht gekauft, der ist ganz cool. Ja, Rob Zombie geht natürlich auch immer ganz gut. Was ist dein Highlight? Ich habe eine Scarface-Figure. Geil, zeig mal. Nice. Figuren kann man auch immer gut gebrauchen. Der Climax ist ziemlich cool von Gaspanoe. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe noch gucken. Den kann ich wirklich empfehlen. Das ist so ein gefühlt Ecstasy-Trip-Film. Ja. Okay, warte, wir zählen mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn oder sechzehn DVDs. Ich glaube, Julian kommt Montag nicht zur Bandprobe. Ich glaube auch nicht. Ich bin auch noch das Ganze durch. Oh ja. Da, wir filmen ihn schon heimlich. Wir filmen ganz heimlich den Chris und sagen ihm gleich Hallo und hoffen, dass er uns ein Interview gibt. Du hast gerade gesagt, Stephen King, da hast du fast alles. Fast alles. Wie viele Filme sind das? 96 hat er insgesamt gemacht. Nicht schlecht. Das ist, ich bin auch immer wieder, äh, ich finde das immer wieder interessant, wenn man so bei Amazon durchguckt und immer wieder noch so einen Stephen King-Film findet oder was, den man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, der hat ja über 150 Bücher geschrieben, ne? Sind ja nicht alle verfilmt worden. Was hat der, was denn so dein Geheimtipp? Was zu deinen Lieblings... Eigentlich mein Lieblingsfilm ist die, äh, ist halt, ja, als Serie Die Kinder des Zorns. Ja. Und, ja, als einzelner Film würde ich sagen, nehmen wir den besten, äh, S. S tatsächlich. Sehr nahe, aber... Ja. Ja. Was ich ganz cool fand, das war, glaube ich, auch mit diesem Thinner, war das der mit diesem Fluch, wo der immer dünner wird der Ohr, das war krass. Nein, er hat tolle, tolle Sachen gemacht, Stephen King, ja, und so weiter. Nur halt, nicht alles ist verfilmt worden, ne? Ja. Und manche Sachen sind die Bücher besser als die Filme. Weil du kannst das nicht rüberbringen. Aber halt dieser typische Stil von Stephen King, ne, wie der Drehen, ne? Also einfach, ne, aus ganz banalen Situationen, baut ihr was auf. Das ist fantastisch, ne? Ja. Die sind cool. Also, was ich nicht frage, Maskmaker, ja? Bis dahin war ich voll am Start und dann Meet Your Maker. So, wir haben noch dreimal Filmbörse dieses Jahr, aber für dieses eine Mal haben wir schon eine ziemlich fette Ausbeute. Denise, was haben wir uns gekauft? Wir haben gekauft Tanz der Dämonen. Es geht um Tanz der Dämonen. Es geht um, ja. Dann Wax Work, es geht um Wachsarbeiter. Genau, wie man am besten Kerzen macht. Und, ähm, was ist das hier? Kabale der Liebe. Kabale und Liebe, genau, von Schiller. Genau, von Friedrich Schiller. Und Reanimator, Menschen und Chemie. Genau. Ein Chemiekurs, alles was man braucht.